Pesach gehört zu den wichtigsten Festen des Jugendtums. Das Fest erinnert an den Auszug aus Ägypten. Matzah ist das ungesäuerte Brot der jüdischen Küche. Es besteht nur aus Mehl, Wasser und darf nicht aufgehen. Der ganze Prozess soll nicht länger als 18 Minuten dauern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017